Schöne Abkürzung. Oh, die warfaut richtig rein. Das ist sehr gut. Entschuldigung. Ja, was jetzt? Bist du drin? Nicht draußen, wa? Ja. Ja, Hablein nehmen wir auch noch mit. Ist irgendwo da oben. Oh, ein richtiger Pool. Was ist das denn für eine Drehung? Ist doch so gewollt hier, oder? Kein Versteck. Nein. Nein. Ja, aber gutes Haus. Schwere Schritte. Oh, wir haben einen Kühler gekriegt. Sehr gut. Sehr gut. So. Also es war jetzt leider keine Stadt. Nur ein Häuschen. Oh, aber da geht noch eine Straße entlang. Vielleicht ist ja hier irgendwo eine Stadt. Auf der anderen Seite ist noch mal so eine Art hier. Wie Herausforderung fehlgeschlagen. Ich hatte doch die Kiste. Könnte das Fahrrad nicht aufhalten. Ja, wunderbar. Und jetzt geht auch die Welt wieder unter. Oh, shit. Aber ich habe doch die Tasche gelootet, oder? Was ist denn jetzt für ein Kack? Ist egal. Jetzt ist natürlich die Quest abgebrochen, leider. Nein, 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 nein. Fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Ich will auch nicht in das Loch da unten rein. Oh, ey. Mist. Voll vergeigt hier den Weg. Das hat weh. Ach, Mensch. Umsonst die ganze Muni ausgegeben, ne? Ja, düdüm, genau. Bin ich von hier gekommen? Oh, fahr ich noch nicht mal fest hier. Merkst du, ich brauche halt Motorisiertes hier. Gerade im Gelände. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Okay, das ist unser Weg. So, jetzt sieht es wie eine Radschuh, oder? Ich bin, 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 ich bin So, unsere schöne Westernstadt. Warum lädt denn das jetzt nicht mehr richtig hier? Könnte natürlich auch sein, dass wir zwei solche Loot-Taschen mitnehmen müssen, aber ich bin mir nicht sicher, habe ich jetzt so gar nicht drauf geachtet. Und dachte, Loot-Tasche, los, ab, wieder zurück, ne? Halben Tag für nichts, ja, shit. Strom zuvor wieder herstellen, nur Nacht abholen, Säubern, Befallene beseitigen. Vorherige Stufe. Ah ja, doch Stufe 1 aufgehoben noch. Vergraben. Mal erstmal nur diese Abholaufträge. Also Stufe 2 ist auf jeden Fall dann da hinten so, ne? Und jetzt Route öffnen. Der hat nichts Besonderes mehr. Aber wofür sich die Kohle lohnt, ne? Den Blasebalkan haben wir uns selber fertig gemacht, ne? Der hat Pflastersteine. Ne, mir ist schon. Hey, wir weinen schon, okay. Ach, Quatsch. Die Verschreibe ist auch nicht schlimm. So, sind wir zu Hause. Halt, Stopp. Erst Wasser. Dann sind wir ein paar Pflastersteine fertig. Sand haben wir sogar mitgenommen. So wäre nie aufgefallen. Ah, guck mal, der zweite Hand puste. Schon mal sehr gut. Wollen wir mal noch schnell essen, fällig. Yay! Worte, Geschützturm-Munition. Ja, catchy. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf, Jude. Danke fürs Zuschauen und erholt Jude, ne? Kommen wir mal gut in den Tag. Hau rein. So, 22 könnten wir noch machen. Hauen wir die mal raus, ne? Boah. Gretzten Hals, ey. Hm. Hm. Ah, Pflasterstande wollte ich da jetzt fertig machen. Ach, die sehen alle so aus, okay. Oh, ist aber nicht viel. Aber das ist ja eigentlich noch sicher, ne? Gucken wir mal, was das gibt. Na, tschau, sind catchy. Soll ich hier den Aufgang machen? Bin mir unschlüssig. Okay. ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Untertitelung des ZDF, 2020